Moin Moin ihr Lieben! Das Handwerk steht vor der Tür. Es ist Viertel vor zwei in der Nacht, deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Um das Bäckerhandwerk zu lernen, braucht ihr Weizen, Hafer, Eier, Wasser, Milch, Startkapital, Werkzeuge, Erdbeeren, Ziegenmilch und Kirschen. Um Marmeladier zu werden, braucht ihr Äpfel, Birnen, Orangen, Erdbeeren, Kirschen, Werkzeug, Quitten, Tomaten, Pilze, Möhren, Zucker, Honig und Bananen. Das ist, wie immer, die Auslegung eines Textes von mir, nicht mehr und nicht weniger, also nicht überbewerten und vielleicht auch nicht unterbewerten. Ich weiß es selber noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so findet mit dem Handwerk bis jetzt. Das meiste wissen wir ja noch gar nicht, wie es funktioniert. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.